Ich habe es ihm damals schon gesagt, wo er dann nicht berücksichtigt worden ist für den Kader, dass sich die Zeiten ganz schön ändern können. Und das ist jetzt so eingetroffen. Ich glaube nach wie vor, er kann halt die ganzen Ohren nicht verpflichtet werden. Wenn man sieht, was er die letzten zwei Jahre für den DHB geleistet hat, gerade auch vor zwei Jahren beim EMT, ein extrem wichtiger Baustein, damals der Abgeschäft gewesen. Ich glaube, unsere Ohren wird jetzt auch ein bisschen reinschlüpfen und nach wie vor, glaube ich, ist eigentlich ein unversichtbarer Schritt.